Hallo Leute. Ja, ich habe eben schon einen Videoaufnahmeversuch gehabt. Da hat plötzlich der Ruhemodus dazugeschlagen. Irgendwie komischerweise, was er gar nicht sollte. Egal. Ja, ich habe gerade etwas Wichtiges für mich und mein Leben, was auch meinen Auftritt in der Öffentlichkeit angeht, erkannt. Und zwar ist, dass ich dieses Lehrer, spiritueller Lehrerspiel Light bin mittlerweile. Ich werde mich ab sofort völlig raushalten aus allem. Ich werde auch nicht mehr zu Festivals fahren und ich werde auch an keinen Veranstaltungen mehr teilnehmen. Ich behalte meinen YouTube-Kanal, meinen Library-Kanal behalte ich auch. Und Instagram und IEM für die Fotos bleiben auch. Also irgendwann, falls ich mich mal mitteilen will, man kann sich ja auch privat einfach persönliche Videos aufnehmen oder irgendwas anderes. Also das Film werde ich sicherlich weitermachen und ab und zu mal was veröffentlichen dann. Gut, aber dieses Lehrerspielchen, das ist, ich kann niemandem was geben und oder was nehmen. Ja, es ist Quatsch. Es ist einfach, die Wahrheit ist überall und die ist jetzt überall. Die ist genauso jetzt richtig, wie sie ist. Ja, 100 Prozent. Da spielt überhaupt, was soll ich da machen? Was soll ich denn da anbieten? Das ist lächerlich. Ja, die Leute spenden mir dann Geld und was bekommen sie dafür? Sie bekommen eigentlich das, was sie sowieso schon bekommen. Ja, das macht überhaupt keinen Unterschied. Ich kann den Leuten für ihr Geld nichts geben. Ja, ich kann denen auch nichts nehmen. Ich kann denen auch keine Illusionen nehmen. Da wird ja immer gesagt, ja, der Lehrer kann einem vielleicht eine Illusion nehmen. Nein, ich kann überhaupt nichts tun. Das musst alles, das musst alles du selbst machen. Jeder, der an der wirklichen Erkenntnis interessiert ist, muss das selbst tun, für sich selbst. Und natürlich kann man sich Anregungen von außen holen. Man kann sogar richtig einen spirituellen Lehrer oder Meister haben, hatte ich auch. Ja, kann man alles haben. Aber das, was ich gemacht habe, dieses Lockere und das ist ja auch, es gibt ja hier gar keine richtige Meister-Schüler-Kultur. Ja, das gibt es hier überhaupt nicht. In Indien wird das, ist das ein richtiges Ritual, quasi. Ja, der Meister und der Schüler. Das ist klassisch. Ja, das ist im Volkswissen verwurzelt. Das haben wir hier überhaupt nicht. Ja, der Beda weiß der sogenannte spirituelle Lehrer, hier gibt es ja nun ganz viele mittlerweile, weiß, wie er sich richtig zu verhalten hat letztendlich, damit er ein guter Lehrer ist. Und auch der Schüler weiß nicht, wie es einem Schüler gebührt, sich zu verhalten. Und das kann man alles in Indien erleben, ja, aber nicht hier in Deutschland. Deswegen ist dieses ganze Lehrerspiel, Meisterspiel, ist alles Bullshit. Und ich höre jetzt ab sofort auf. Ich bin es leid. Ich gehe raus aus der Nummer. Und ihr werdet weiterhin im Impressum auf YouTube meine Adresse sehen können und meine Telefonnummer. Ihr könnt mich auch anrufen, ihr könnt mir auch E-Mails schicken. Also meine Kontaktdaten bleiben da erhalten, aber ich verspreche gar nichts. Also ich muss ich halt sehen. Ja, also ich ziehe mich so weit zurück. Wenn ihr unbedingt mich wegen irgendwas fragen wollt oder so, dann wisst ihr, wie ihr mich erreichen könnt. Am einfachsten ist dann auf dem YouTube-Kanal. Facebook werde ich auch löschen. Am einfachsten ist, auf meinen YouTube-Kanal zu gehen und da im Impressum zu schauen. Da findet ihr alle Kontaktdaten. So, das ist jetzt alles. Und Jens Marionette over and out. Ja, und wie immer sage ich, stay tuned. Und irgendwie geht es schon weiter.